Hallo liebe Freunde, hier ist eure beliebte Sendung Jugendspaß. Unser Thema heute ist Fremdsprachen lernen und Ferien machen. Da gibt es interessante Möglichkeiten, gerade für Jugendliche. Zuerst aber ein paar Takte Musik. Im Studio habe ich Ralf bei mir. Er hat im letzten Sommer die Erfahrung mit Europa-Camp gemacht. Erzähl mal Ralf, was ist eigentlich ein Europa-Camp? Europa-Camp, so heißen Feriencamps für Jugendliche ab 14. Dort kann man eine Fremdsprache lernen, aber gleichzeitig auch Ferien machen. Man muss dafür nur ein bisschen im Camp arbeiten. Lass uns das mal genau erklären. Wie verbringen die Jugendlichen ihre Zeit dort? Bei mir war das so. Diese Feriencamps sind in Italien, Österreich und Spanien. Ich war im Feriencamp in Italien. Dort hatte ich jeden Vormittag von 10 bis 12 einen Sprachkurs auf Italienisch. Mittags von 14 bis 16 Uhr musste ich mit den Kindern im Camp spielen und an ihren Aktivitäten teilnehmen. Dann hatte ich frei. Und mit den Kindern hast du Italienisch gesprochen? Ja, ich hab's zumindest versucht. Wenn es nicht ging, habe ich eben mit Händen und Füßen gesprochen. Das geht ja auch. Wann finden denn diese Feriencamps statt? Im Juli und August. Das Wetter ist dann meistens schön und man kann auch Ausflüge machen und das Land kennenlernen. Das finde ich am interessantesten. Und was kostet so ein Feriencamp? Das kostet so gut wie nichts. Man bezahlt nur sein Ticket, um in das Land zu reisen, wo das Feriencamp ist. Natürlich braucht man auch etwas Taschengeld. Essen und Wohnen kosten aber nichts. Und die Ausflüge? Die kosten auch nichts. Ralf, herzlichen Dank für die Informationen. Sonja, herzliche Gratulation. Du hast am Wettbewerb Schützt unseren Planeten teilgenommen, das schönste Plakat zum Thema gemalt und bist somit Gewinnerin des Wettbewerbs. Danke. Erzähl mal, was war das für ein Wettbewerb? Das war ein europäischer Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler von 12 bis 16 Jahren, die sich für die Probleme unserer Umwelt interessieren. Und gab es da etwas Besonderes zu gewinnen? Der Preis des Gewinners waren Hilfeleistungen im Wert von 1.000 Euro an Kinder, die in Not sind, zum Beispiel in Afrika. Das finde ich sehr schön. Und was genau war eure Aufgabe? Jeder Schüler sollte ein Element der Umwelt malen, also kreativ ausdrücken und dazu einen Titel oder ein Wort, einfach etwas dazu schreiben. Und wie sah dein Plakat aus? Ich habe lachende Kinder im Regen gemalt, die mit einem Ball spielen und dazu geschrieben, Wasser ist Leben. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ich hatte vor Tagen im Netz gesurft und in einem Blog gelesen, dass viele Kinder täglich an verschmutzten Wasser sterben. Ich finde, Wasser ist eines der wichtigsten Elemente für die Menschen. Sag mal, Sonja, was für Pläne hast du für die Zukunft? Wenn ich später mal studiere, ich möchte nämlich Ärztin werden, dann möchte ich für ein paar Jahre in Afrika arbeiten und Kindern helfen. Sonja, vielen Dank und nochmals Gratulation für deine tolle Leistung. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Radiosendung für Jugendliche. Heute haben wir Sandra zu Gast. Sandra kommt aus Deutschland und lebt jetzt in Italien. Wie lange lebst du schon in Italien, Sandra? Ich wollte schon als Kind im Ausland leben und jetzt bin ich seit einem Jahr in Italien. Es ist sehr schön da. Was hat dich denn nach Italien geführt? Wissen Sie, mein Vater ist Deutschlehrer und hat einen gut bezahlten Job in Rom angeboten bekommen. Da haben wir nicht lange überlegt. In welche Klasse gehst du jetzt? Letztes Jahr bin ich noch in Deutschland in die Schule gegangen, und zwar in die siebte Klasse. Dieses Jahr gehe ich in die achte Klasse, aber natürlich in Italien. Du hast also kein Jahr verloren, obwohl du kein Italienisch konntest? Nein, ich besuche eine Neuropaschule. Da findet der Unterricht auf Englisch statt. Und inzwischen spreche ich auch ziemlich gut Italienisch. Wie findest du die Sprache? Schön. Hast du auch schon Freunde? Ich bin so froh. Vom ersten Moment an hatte ich Freunde, die sehr hilfsbereit waren, mir beim Einleben zu helfen. Meine besten Freunde sind Salvatore und Maria. Die zwei sind immer für mich da. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Also, ich habe vor, in Italien zu bleiben. Mein Vater hat eine gute Arbeitsstelle. Und ich finde Italien super. Das Essen, das Wetter und die Menschen dort finde ich einfach toll. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück. Dankeschön. Und nun geht es weiter mit Musik. Liebe Freunde, heute habe ich Sebastian Puchstein bei mir im Studio. Wir wollen uns über seine Pläne für die Zukunft unterhalten. Hallo, Sebastian. Guten Abend. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Abitur. Du bist jetzt fertig mit dem Gymnasium und beginnst bald dein Studium, stimmt's? Ja, so ist es. Sag mal, wie war denn die Abschlussprüfung insgesamt? Die Prüfung war eigentlich gar nicht schwierig. Nur in Mathe hatte ich Schwierigkeiten. Na ja, trotzdem hast du dein Abitur mit sehr gut gemacht. Erzähl mal, was möchtest du studieren? Ich bin noch am Überlegen. Früher wollte ich Biologie studieren und Lehrer werden, aber … Du hast deine Pläne geändert? Ja, ich möchte Medizin studieren und Arzt werden. Das dauert natürlich länger als ein Biologiestudium. Möchtest du nach dem Studium sofort arbeiten? Ähm, nein. Ich möchte zuerst für ein Jahr ohne Bezahlung in Afrika tätig werden. Sobald ich damit fertig bin, werde ich mit dem Arbeiten beginnen. Das ist ein schöner Gedanke. Weißt du auch schon, wo du gern arbeiten möchtest? Am liebsten würde ich gern im Katharina-Hospital arbeiten. Es ist in der Nähe von meinem Haus und ich kann zu Fuß hingehen. Ja, das wäre praktisch. Aber was machst du, wenn du keine Arbeitsstelle im Hospital bekommst? Dann bewerbe ich mich natürlich bei anderen Krankenhäusern, bis ich etwas finde. Vielleicht in einer anderen Stadt. Also, Sebastian, dann wünsche ich dir viel Erfolg und bedanke mich herzlich für dieses interessante Gespräch. Wir machen jetzt weiter mit Musik. Bravo, Claudia. Herzliche Gratulation. Du hast gewonnen. Die Deutsche Bahn schenkt dir und einer Freundin von dir Tickets für die neueste Strecke des IC-Busses Berlin-Kopenhagen. Toll, danke sehr. Erzähl mal, wie bist du auf das Gewinnspiel gekommen? Tja, meine ältere Schwester fährt jeden Tag mit dem Bus zur Universität und hat ein Formular des Gewinnspiels auf dem Küchentisch liegen gelassen. Und was hast du gemacht, als du das Formular gesehen hast? Ich habe es gelesen und spontan ausgefüllt, denn ich möchte schon lange einmal nach Kopenhagen reisen. An welchen Tagen kann man denn mit dem IC-Buss nach Kopenhagen fahren? Mit dem Bus geht's jeden Freitag und Sonntag ab Berlin direkt nach Kopenhagen. Wie verläuft genau die Fahrt? Wie gesagt, ab Berlin zuerst einmal nach Rostock, dann mit dem Schiff über die Ostsee und das letzte Stück bis Kopenhagen wieder mit dem Bus. Und um welche Zeiten fährt der IC-Buss? Los geht es immer um 14.15 Uhr ab Berlin-Südkreuz. Ankunft in Rostock ist um 16.45 Uhr. Dann folgt, wie gesagt, die Fahrt mit dem Schiff. Ankunft in Kopenhagen ist um 21.50 Uhr. Wann planst du diese Freifahrt zu machen? Ich habe bis Ende April-Zeit. Das stand auf dem Formular. Auf jeden Fall will ich mein schönes Wochenende mit meiner Freundin machen, da eine Rückfahrt von Kopenhagen auch sonntags um 22.30 Uhr angeboten wird. Dann wünsche ich dir und deiner Freundin viel Spaß und nochmals Gratulation zum Gewinn. Dankeschön. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei unserer Radiosendung. Heute sind wir in der Buchhandlung Müller in Frankfurt zu Gast. Bei mir ist Frau Müller, die Chefin der Buchhandlung. Hallo. Guten Tag, Frau Müller. Morgen startet hier ein ganz besonderes Projekt. Ein Aktionsprogramm für junge Leser und Leserinnen. Wollen Sie uns bitte dieses Programm vorstellen? Unsere Buchhandlung organisiert zum ersten Mal eine Buchausstellung nur für Kinder und Jugendliche. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ganz einfach. Wir möchten damit mehr junge Leser gewinnen. Wie sieht denn das Programm im Einzelnen aus? Wir präsentieren nicht nur Bücher, sondern bieten auch Mitmachaktionen an. Autoren werden Geschichten vorlesen, Geschichten zum Lachen, zum Mitfühlen. Wir werden auch Workshops für Schulklassen anbieten, wo Jugendliche und Kinder Bilderbücher basteln, Bücher binden lernen, Bleistiftskizzen zeichnen. Das hört sich alles sehr interessant an. Wie lange läuft dieses Aktionsprogramm? Leider nicht sehr lange. Vom 20. bis zum 31. Dezember. Und hat es auch einen Titel? Ja. Die bunte Welt in den Augen der Kinder. Wir möchten sehen, wie die Kinder unsere Welt sehen. Was muss man für den Eintritt zahlen? Der Eintritt ist frei. Am Eingang werden wir aber eine Box aufstellen, wo jeder, der gern möchte, ein bisschen Geld für die Organisation Kinder unserer Welt spenden kann. Da bin ich sicher, dass Sie ganz viele Spenden sammeln werden. Herzlichen Dank, Frau Müller. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß bei dieser Aktion. Ich danke Ihnen auch. Axel, willkommen bei unserer Radiosendung. Bleib fit! Du bist der große Gewinner im Zehn-Frage-Quiz über Gesundheit und Sport dieser Woche. Gratuliere! Danke sehr! Sag mal, Axel, woher weißt du so viel über Gesundheit und Sport? Tja, Sport mache ich schon immer. Seit meinem fünften Lebensjahr spiele ich Basketball in einer Mannschaft. Aber ich mag auch Tennis und Schwimmen. Und was die Gesundheit betrifft, so sind meine beiden Eltern Ärzte. Aha! Wie oft machst du also Sport in der Woche? Gute Frage! Eigentlich jeden Tag. Basketballtraining habe ich viermal in der Woche. Und zweimal in der Woche habe ich Sport in der Schule. Und manchmal spiele ich nachmittags mit meinem Freund Sebastian Tennis. Als Basketball- oder auch Tennisspieler kann man Karriere machen und viel Geld verdienen. Hast du vielleicht solche Pläne? Nein, ich treibe Sport nur, weil es Spaß macht. Wenn ich mit der Schule fertig bin, möchte ich studieren. Was denn? Medizin? Nee, Informatik. Ich interessiere mich sehr für Computer und so. Wechseln wir das Thema. Wie findest du eigentlich Extremsport? Extremsport finde ich super. Aber meine Eltern erlauben es mir nicht, Extremsport zu machen. Sie sagen, das kann gefährlich werden. Welche Extremsportart gefällt dir? Ich finde freies Klettern fantastisch. Ich habe auch schon ein bisschen probiert, wie das so ist. Natürlich wissen das meine Eltern nicht. Aha! Ganz schön mutig von dir. Pass aber auf, dass dir nichts passiert. So, danke, dass du bei uns warst. Ich übergebe dir nun deinen Gewinn. Einen Gutschein für Sportartikel im Wert von 200 Euro. Angelika, ich gratuliere dir. Du hattest den besten Beitrag im Wettbewerb zum Thema Sicheres Zuhause. Danke sehr. Erzähl mal, warum hast du bei diesem Wettbewerb mitgemacht? Ich wollte natürlich den Gutschein über 500 Euro gewinnen. Aber nicht nur das Geld war für mich wichtig, sondern auch das Thema fand ich sehr interessant. Was bedeutet für dich denn Zuhause? Zuhause bedeutet für mich vieles. Natürlich Familie, Schutz, aber leider auch Unfälle. Unfälle? Was meinst du damit? Ich meine, dass vielen Menschen in ihrem eigenen Zuhause oft Unfälle passieren. Ich hatte auch schon ein paar Mal einen Unfall. Tatsächlich? Wissen Sie, das Risiko, zu Hause einen Unfall zu haben, ist genauso hoch wie auf der Straße. Manchmal sogar noch höher. Wirklich? Das habe ich nicht gewusst. Und wie kann man sich vor solchen Unfällen zu Hause schützen? Man muss auf die Elektrogeräte aufpassen, die man jeden Tag benutzt. Zum Beispiel den Toaster, den Computer oder den Fernseher. Und wenn es dann ein Feuer gibt, sollte man es nicht mit Wasser löschen, sondern mit dem Feuerlöscher. Was war denn dein schlimmster Unfall zu Hause? Ich hatte einige kleine Unfälle mit meinem Computer oder mit dem Herd. Aber viel schlimmer war es an einem Samstagabend, als ich zu Hause war und der Toaster Feuer fing. In Sekunden war das Feuer so groß, dass ein Teil des Küchenschrankes ganz schwarz wurde. Zum Glück habe ich es geschafft, das Feuer rechtzeitig zu löschen. Oh je, dann hast du ja richtig Glück gehabt. Angelika, herzlichen Dank für die wichtigen Informationen. Nun machen wir weiter mit Musik. Hallo, hier ist Annette von eurem beliebten Jugendsender Highlight. Bei mir ist heute Jonas und unser Thema ist Freizeit in der Gruppe. Jonas gibt uns Tipps, was Jugendliche wie ihr in ihrer Freizeit gemeinsam unternehmen können. Willkommen im Studio, Jonas. Hallo. Also, was meinst du? Wie können Jungs, aber auch Mädchen ihre gemeinsame Freizeit sinnvoll gestalten? Da fällt mir als erstes Sport ein. Naja, gemeinsam erlebte Freizeit muss Spaß machen, aber es muss nicht immer Sport sein. Interessant, sowas gerade von einem Jungen zu hören. Was schlägst du also vor? Schau, das Jugendzentrum in jedem Stadtteil bietet Verschiedenes an. Malkurse, Musikabende und das, was neu ist, sind Workshops für Jugendliche, die Spaß am Filmemachen haben. Filmemachen? Mal was Neues also. Das hört sich wirklich interessant an. Und machen da Jugendliche auch gern mit? Na klar. In meinem Jugendzentrum sind schon über 50 jugendliche Mitglieder einer Freizeitgruppe, die sich regelmäßig für gemeinsame Aktivitäten trifft. 15 Teilnehmer. Nicht schlecht. 50, nicht 15. Das ist ja wirklich toll. Wie oft trefft ihr euch jede Woche und wie viel müsst ihr bezahlen, um teilnehmen zu können? Wir treffen uns mindestens dreimal die Woche. Manchmal auch jeden Tag. Sogar auch am Wochenende. Und alles zahlt die Stadt. So oft? Wird das nicht langweilig? Nein, auf keinen Fall. Jeden Tag kommen nur die Jugendlichen, die am Filmemachen teilnehmen. Und du hast gesagt, alles bezahlt die Stadt? Ja, wir müssen nur Lust und gute Laune mitbringen. Sonst nichts. Herzlichen Dank, Jonas. Ich bin sicher, dass alles war für unser Publikum von großem Interesse. Danke auch. Dr. Hellmann, Sie waren schon mehrmals Gast in unserer Sendung Mensch und Gesundheit. Willkommen also auch heute bei uns. Guten Abend. Unser Thema heute ist der Schlaf. Wie wichtig ist der Schlaf für uns Menschen? Tja, wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass alle Menschen, vor allem aber Kinder und Jugendliche, genug Schlaf brauchen. Was bedeutet denn genug Schlaf? So genau kann man das nicht sagen. Bei jedem Menschen ist das anders. Kinder und Jugendliche brauchen aber auf jeden Fall mehr Schlaf als Erwachsene. Tatsächlich? Wie viel denn? Wissenschaftler glauben, dass sechs bis acht Stunden Schlaf für Erwachsene genug sind. Kinder brauchen etwa acht bis zehn Stunden, um gesund zu bleiben. Das sind ja ziemlich genaue Angaben. Und was passiert, wenn Kinder und Jugendliche nicht genug schlafen? Oft können sich dann die Jugendlichen in der Schule nicht konzentrieren oder haben Kopfschmerzen. Sie fühlen sich einfach schwach. Können Sie sagen, was wichtig für einen gesunden Schlaf ist? Wichtig ist, dass man immer zur gleichen Zeit schlafen geht und vor dem Schlafengehen nicht Fernseht oder Computerspiele macht. Gibt es auch konkrete Tipps, die das Schlafzimmer betreffen? Das Schlafzimmer muss vor allem recht groß sein, wie auch das Bett. Am wichtigsten ist aber, dass man bei geöffnetem Fenster schläft. Das Fenster nicht schließen. Okay, das ist nicht neu. Das kenne ich von meinen Großeltern. Das ist in der Tat einer der ältesten und nützlichsten Tipps für einen gesunden Schlaf. Dr. Hellmann, herzlichen Dank für das Interview. Bis nächste Woche mit dem Thema Wie ernähren sich Jugendliche heute? Wie ernähren sich Jugendliche heute?